Wir sind jetzt hier noch um die Ecke gegangen. Hier war gestern unsere Cora mit Amy. Leo hat uns besucht gestern, auch aus der Verpaarung von Cora und Max, aus dem Y-Wurf im letzten Jahr. Und hier waren wir gestern. Hier komm! Hey, komm! Komm, 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 komm! Was ist denn da hinten? Ach Gott, ach du hier. Ja, was ist los? Alles fremd? Ja? Ja, ich will bestimmt schon wieder trinken. Komm, komm! Ich weiß nicht, ob man die nachher noch sehen kann. Es ist so dunkel hier im Schatten. Das ist jetzt Django. Und da sind beide, die noch frei sind. Einer schon für uns bestimmt Chelsea. So von der Größe, hätte ich gesagt. Ja, habe ich recht gehabt. Hier sind jetzt alle drei Rüden. Ach ja, sie wollte kacken. Gut. Lissi! Lissi! Lissi, komm! Aber da ist noch einer bei ihr. Ja, so ist das, wenn man alleine mit acht Welpen ist. So, alle anderen sind hier. Ja, wer ist denn da? Yara, genau. Oh, da kommt es schon. Ja, komm, schnarrie! Ja, komm, schnarrie! Lissi, komm! Ja, komm! Kräk, jäwe ist ein kleineren Dekkerin. Lissi, komm, schwarz! Ja, komm! Ja, alle zupavolingemacht, ja! Ja, jetzt gehen wir schnarrie. Ja, komm! Brennnessel, mein Gott! Schöne sie! Hat sie gar nicht gestört. Ja, hi, mein Hübscher! Ja, hi, mein Hübscher! Na, Donnerstag kommt eine Familie! Ja, dich besuchen! Dich ketten lernen! Ja, komm! Komm, schnell her! Hey! Ja, im Schatten ist es schön, klar doch! Ja, komm! So, dann mach ich schon Schluss!